Du kommst hier nicht vorbei. Ich bin die dicke Mutti. Kiste. Nur Rotz drin. Was ist denn das? Auch nur Rotz. Mach ich eigentlich die Taschenlampe nicht an, weil die scheiße ist. Da schweben Steine in der Luft, ist auch geil. Ja man, das ist Magic-Stein. Wo? Hallo? Keine Ahnung. Hä? Wo hast du denn da was gesehen, Alter? Das ist ein gutes Auge. Ach, am Arsch, Junge. Du hast ja auch die Mäuse in der Hand. Äh, was? Ne, was ist denn nur in der Hand? Äh, ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Okay, ab 80 Kilo geht es nicht mehr. Ja, danke. Du stehst voll im Schussfeld. Ah, Entschuldigung. Oh ja, ich kann mich wieder bewegen. Oh lol, ne. Jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Hilfe. Das ist ein paar Medipacks. Hab ich auch gemacht. Willst du mich verarschen? Ja, hab ich echt gemacht. Und es hat dir auch helfen. Eins. Eins. Und kann mich wieder bewegen. Äh. Oh, hab ich auf der Sieben? Ja, hab ich. Eins. Zwei. Drei. Uuuuh. Alter, du Drecksack. Drei. Drei. Ich hab ihn nur hier! Ja definitiv wir brauchen unsere Kiste Wir müssen mal Zeug abladen So wo ist denn der andere Spacko eigentlich? Näher vorne Was sind oder was die zwei? Nein drei Achso der eine den du weggenatzt hast den ich Wo ich noch so gesagt hab Hä? Wie hast du gesehen? Hallo? Eieieiei Alter ich hab die sieben Meilen Stiefel an ich laufe einfach hoch Du musst springen weißt du? Nein Oh mein hier drüben ist auch noch irgendwas im Wasser entweder ist das ne Brücke oder sowas Keine Ahnung Im Busch In die Busch In die Busch ist Wasser drin Was? 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 Was mit dir nicht richtig? Ja Der Forrest Jaja Oh guck mal Oh Was ich da gefunden hab Warte gefunden hast Hat er fein gefunden Was hast du jetzt genau gefunden? Ja mal Leuchten Ja Hä? Ist das nicht die Container? Äh pass bitte auf Ehh halten für Bauplan Sammelgegenstand Moin ihr Spacken So mal gucken Was hab ich denn noch so schönes? Oh lol Really? So das würde mich jetzt mal echt interessieren Alter der macht einen Krach hier Ja geh mal weg Ich hab denen ein paar Druckluftbehälter davor geballert Pfff Auf den ganzen Containerlecke Ja so kann man so auch Schrott machen Ganzen Containerlecke räumt Alter Hau ab Alter ist ja nichts mehr übrig Aber hinten die Türe gleich komplett rausgelettert Ja komplett zerlegt das Ding Alter Okay also Druckluftbehälter sind doch stärker als die äh normalen Okay warte das will ich auch machen Aber nur einen Setz mal nur einen rein Weil ich hab die Späge gemacht Ich muss jetzt mal gucken Das sind die weißen Ja ich weiß Erstmal finden Druckluft 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 Das ist ne das ist der rote Da Platz zu weisen Leg den mal auf die Genau auf die sieben Okay Brauchen wir mal eh noch Nein Warte mal Hä Ja lass ihn da Passt schon Alter Schwede ey Alter das Ding ey Alter das haut echt die Türm auch komplett auf Alter wie das gekracht hat ne Jetzt weißt du wie sie die ganz großen zerrammelt haben Ja so Einfach einen Haufen solcher Kanister weißt du Wenn die drüber laufen Einmal schießen Eine Kugel Ein Bot weg Das wie dann ja Das wie dann ja aber so richtig Okay das ist nur ne Holzbrücke Aber irgendwann muss das ja aufhören Naja Nur ist gut Das hat alles irgendwie seinen Sinn hier Ja Na gut auf jeden Fall sind damit äh Keine Ahnung äh 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 Zwölf Sechzehn Bots weniger auf der Insel Hm Definitiv Was brennt denn da Hm bin ich gerade am gucken Was machst du? Ey wo ist mein Scope hin alter? Was machst du? Was machst du? Hm Adler auf äh Auge Stufe 1 abgeschlossen Okay Okay Was auch immer du getan hast Ja Da Bam 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 Ja, noch mal zum grünsten Abschluss. Klebstoff. Gar nicht, Tampons. Ich habe zwei Schuss Vollmantel-Munition, Alter, willst du mich verarschen? Der Rest ist einfach ein Teilmantel. Blöck. Ja, geht doch. Ja. Der eine liegt da unten an der Mauer, rechter Hand von dir. Und den habe ich hier auch noch ausgeschalten. Okay. Grund-Adler-Auge Stufe 1. Au, jetzt habe ich mich wieder wehgetan. Alter, das ist jetzt im Kotzen. Scheiß Fallschaden. Okay. Okay. ... Es ist ja nichts drin, aber draußen liegen nur ein paar Taschen. Na endlich, ich habe eine hässliche Hose bekommen. Da drüben ist auch noch was, wo wir noch ein Schwarm haben. Dieses kleine beleuchtete Häuschen da. Willst du mich verarschen, Spiel? Ja. 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 Kann man nicht genug haben. Da hinten ist irgendwas. Oh, da ist ein Jet abgestürzt. Klar, warum nicht. Da laufen aber Boots rum und da ist eine Antenne. Wo ist denn eine Antenne? Geradeaus. Ach da. Ja. Adlerauge, wa? Ne, die habe ich jetzt nicht so beachtet. Um ehrlich zu sein. Ja. 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 Eine Gott stelle. Alter, hat bei dir was vibriert? Nö. Okay, das ist einer von diesen Raketenschwimmern. Also irgendwie könnte es mal langsam oder hell werden, oder? Ist schon ganz schön lange dunkel, ne? Ja, finde ich auch. Vielleicht wird es nicht mehr hell. Oh nein, sie haben die Sonne verschwinden lassen. Ne, geklaut. Ja, ist ein Jet. Nein, der spackt noch eher noch rum. Ja, der kommt noch mal auf. Ah, der sitzt noch drinnen. Echt? Ja, und ich bin wieder überladen. Ach komm. Aber ganz ehrlich, wann muss denn das passiert sein, ne? Das Kerosin, das brennt alles noch. Das ist gestern das passiert, oder was? 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 Was hast du gemacht? Nix. Nix? Hä? Hier liegt ein Blech. Naja, die Unmantelung von so... Ja, ich war bloß erschrocken. Das hat so komisch geklungen. Und ich bin da so drüber gestolpert quasi. Ja, jetzt lass uns erstmal zu diesem Militärstützpunkt gehen, damit wir mal unser Zeug ablauten können. Militärstützpunkt. Oh, Militärstützpunkt. Oh, Militärstützpunkt. Militärstützpunkt. Klingt so dumm. Stütze ist rund. Eins, zwei Drohnen. Sehe ich von hier schon. Hm. Mach du, ich auch. Was weg ist es weg? Was ist denn das? Hä? Was? Wenn ich hier so in Richtung Südosten guck, genau Richtung Südosten. In den Bäumen hängt irgendwas, das leuchtet. Ja, das ist ein Baumhaus. Ein Baumhaus? Ja. Ah, okay. Ich habe jetzt mit allem gerechnet, noch nicht mit einem Baumhaus. Oh, ich hoffe dort ist eine Recyclingstation drin. Ja, wir müssen mal was loswerden, aber ehrlich jetzt. Ja, so ein Portdinger, man könnte hier schon mal so zerlegen und dann mal die ganzen Sachen abladen. Ja. Ja, weil das Problem noch ist, dass du... Ja, bist halt beim Kämpfen nicht mehr so mobil, ne? Ja, ja, ähm... Drei Waffen und eine Mission, ja. Drei Waffen und eine Mission. Essen. Ja. Die Geheim-Mission. Ist sie leise? Ja. Was denn? Das Fahrrad wäre jetzt hier echt nice. Ach du faule Sauelauf jetzt. Ja, was anderes bleibt denn ja nicht, weil das ist irgendwo ein bisschen nervig, dass du so langsam läufst. Oh Va. Hi. Oh, ja, 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 ja. Ach du dir, was ich denke, was du tun hat? von oben rechts oben du Oh, kleiner Hodensohn. Oh, was war denn das für Patronen? Ist zumindest bei mir. Ja, ich habe grüne Schrotpatronen bekommen. Das war so dunkelgrün. Ist das Militärmunition? Äh, oh, Mann, Alter. Tatsache, ein brennendes Baumhaus. Ist ja Lull. Wo bist du? Ach, da. Was machst du? Hallo? Ja, warte mal. Ich dachte, du bist weg, Alter. Ich gehe mal looten, mal gucken. Bootsanlegung. Ich gucke mal kurz, was das für Muni ist. Äh, äh, äh. Flintenlaufmunition, Kaliber 12. Aha. Also, das ist Schrotmunition, aber nicht. Oh, Alter. Was geht denn mit dir? Ja, äh, mal ein bisschen Boom, Action. Ein bisschen Boom, ja. Ein bisschen Action. Ey, wenn ich das mache, dann bin ich einfach überladen. Dann muss ich den Mist mal lösen werden. Warte mal. Wenn du das so sagst, ohne Kontext, klingt das verkehrt. Nein, fuck it. Ja, weil das so die Sachen sind, die wirklich schwer am Rucksack hängen. Oder liegen. Gut, gut. Bis zum nächsten Mal.